Guten Morgen, guten Morgen ihr Lieben, das haben wir wieder. Ich möchte es euch nur gerade zeigen. Es ist kurz vor der Vollendung. Habe ich es gerade? Ich sehe so schlecht. Ich bin nicht sicher, ob ich den Monitor habe, tut mir leid. So glaube ich, ja? Könnt ihr es lesen? Okay. Ich denke fast, das ist es bald. Dann lege ich das auf die Seite, um das abzuschließen. Ich schiebe das mal alles ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen. Einen Moment, einen Moment, einen Moment. Und zwar wollte ich euch meinen Malkasten noch mal gerne zeigen. So sieht es jetzt aus. Ich habe mir noch einen gegönnt und habe mir die Farben zusammengestellt. Und stelle fest, dass ich doch immer wieder die gleichen Farben leiden mag. Aber ich denke, das Blau ist sehr schön. Bin mir nicht sicher, ob das gleich ist. Das ist schon wieder anders. Hier habe ich zweimal das gleiche Gelb bestimmt. Da auch. Aber das sind Sachen, die braucht man viel. Grün brauche ich nicht so sehr viel. Aber jetzt habe ich zwei Sachen. Es wäre natürlich praktischer. Ich hätte eine große Palette, richtig. Aber da ich nicht wusste, ob ich dann überhaupt Spaß dran habe, hatte ich mir ja diesen 12er-Kasten bestellt. Und war da sehr zufrieden mit. Und habe das jetzt also ergänzt. Das ist auch wieder von Happy Painting. Und dann gib jeden Tag die Chance, der schönste deines Lebens zu werden. Das ist echt eine süße Karte. Also wollen wir das heute mal versuchen. Wieder mal. Und die liefern sehr schnell. Und ich bin ganz zufrieden mit dem Service. Das kann ich nicht anders sagen. Zu Happy Painting möchte ich allerdings, ich lege das gerade weg. Heute wähle ich nicht. Dann habe ich bei denen noch einen Silber- und einen Goldstift. Den hattet ihr schon in der Schrift gesehen. Ich habe jetzt alles hier in so einem Kästchen. Das ist von Happy Painting. Also bei mir heißt das ja nicht Happy Painting, weil ich habe jetzt absichtlich mir weder ein Buch, Moment, ich hole mir mal einmal die ganze Geschichte etwas näher hier, ich habe mir extra kein Buch von Happy Painting gekauft. Oder, oh, was habe ich denn da? Das ist meine Hiebkammer, meine Füße müssen da hin. Noch habe ich mir viele Bilder angesehen, noch sonst irgendwas. Ich habe dieses gesehen und dann das mit diesem 2, 3 habe ich gesehen. Mehr habe ich gar nicht gesehen. Und gucke auch jetzt absichtlich nicht. Denn auch beim Malen möchte ich nicht nachmalen. Das muss, das soll jetzt nicht irgendwie kritisch für andere, nein, nein, nicht missverstehen jetzt in dem Fall. Das ist wie beim Basteln. Ich arbeite lieber selber und habe selber Ideen, anstatt dass ich irgendwas nachbastle. Versteht ihr, wie ich das meine? Und genau das Gleiche gilt beim Malen. Ich finde das ganz, ganz süß. Und ich will euch auch gerne noch mal diese wunderbare niedliche Karte zeigen, gefällt mir richtig gut. Aber mein Ehrgeiz geht nicht dahin, das nachmalen zu wollen. Wer daran Spaß hat, das ist vollkommen legitim, selbstverständlich. Aber ich möchte das nicht. Und deswegen habe ich mir auch möglichst jetzt gar nichts mehr angeschaut, um nicht davon beeinflusst zu werden. Und wenn ich jetzt male, möchte ich einfach nur das malen, was mir gefällt. So, bedanken möchte ich mich auf jeden Fall bei Andrea, die auch die Worte Glück und Hoffnung vorgeschlagen hatte und die ich auch eingetragen habe. Und dann Monika, Catherine mit dem Bären nochmal. Ich weiß, ich weiß, ich vergesse es nicht. Ellen und... Oh, ich weiß nicht, wie sie gesprochen wird. Das ist ein holländischer Name. Willemeynen? Willemeynen? Willemeynen vielleicht? Oh, ich hoffe, entschuldige bitte. Please excuse me, it's the wrong... I don't know. Aber vielen Dank für den holländischen Kommentar. Ich habe mir Übersetzung, konnte ihn dann gut verstehen. Für Ramona Dankeschön und Benedikte auch nochmal. Und Uschi auch, die noch gerade bestätigt hatte, dass der Link für Paypal.me doch funktioniert jetzt wieder. Dazu möchte ich sagen, ich bekam einen Kommentar, dass der Link nicht funktioniert, was mich sehr erstaunt, weil andere hatten schon was geschickt. und es funktionierte nicht. Dann habe ich das geändert, habe versucht, das zu ändern. Danach funktionierte wohl gar nichts mehr. Dann kriege ich die Ansage, es funktioniert immer noch nicht. Und dann wusste ich auch nicht mehr. Und jetzt habe ich ihn zurück geändert und dann war Uschi dann so freundlich und hat nochmal kurz bestätigt, dass alles okay ist. So, meine Brille liegt hier, meine Tasse Tee habe ich. Moment. Und nun habe ich etwas ganz Schönes bekommen und das möchte ich mit Freude mit euch teilen. Die liebe Ulrike, die mir auch so freundlich war und schon mal zum Geburtstag gratuliert hat, da habe ich mich ja auch so sehr gefreut, hat mir gestern einiges geschickt. Und ihr wisst ja, ich erzähle gleich von dem Tag gestern, aber ich möchte es erst zeigen. Ich finde die Karte schon allein so toll. Und dann hat sie geschrieben, das ist mein Mann und ich, der Beste aller Ehemänner und ich im Schnee, im Winter Wunderland. Also ich habe mich sehr über die Karte gefreut und ich hebe sie auch bestimmt auf, ganz bestimmt. Die kriegt hier an der Seite. Ich werde noch etwas machen für Karten. Oh, hier ist eine Stamp. Ich habe noch nicht ausgepackt. Ich habe nur die Karte gesehen gestern. Toll, die Serviette. Die werde ich auf jeden Fall verwenden. Und zwar hatte sie gesagt, oh ja, T-Bag. Die hätte einiges gestempelt. Gut, ich lasse das jetzt mal drin. Das fummel ich nämlich jetzt nicht raus. Ich lasse es drin. Hier sind noch einige andere. Wünsche werden wahr. Das ist schön. Das ist ein schöner Stempel. Wünsche werden wahr. Und auch dieses hier. Parfum Naturel Paris. Paris, Paris. Und das sind tolle. Bicycle und Ticket. Und Wünsche werden wahr. Oh, was tolles Papier. Der Stempel ist schön. Den habe ich auch. Der gefällt mir gut. Aber das Papier ist klasse. Guckt mal hier. Richtig schön. Richtig. Ah, ja. Klar, Weihnachtspapier. Dafür kann man es sehr, sehr gut gebrauchen. Made with Love. Fand mir. Toll. Den kenne ich auch noch gar nicht. Die Stempel kenne ich eigentlich alle noch nicht, muss ich sagen. Oh, der ist schön hier mit dem Time New York. Der gefällt mir gut. Ja, der ist sehr schön. Den kann man immer verwenden. Das ist nochmal das mit dem Parfum. Und dann mit dem Time. Ja, ich kann solche Ecken verwenden. Das weiße. Ah, ah, jetzt. Ach, ach, ach. Guck mal hier. Wie toll ist das denn? Das muss ich mir jetzt aber doch mal... Da ist wohl einer rausgezwitschert. Muss ich aufpassen. Die sind alle selbst gemacht? Wow. Nee, nicht alle. Oder? Ich bin mir nicht sicher. Sind die alle selbst gemacht? Aber diese sehen echt aus, oder? Also. Ja. Oder nicht? Nee, oder nicht? Nein. Die sind gestempelt. Wow, das ist ja genial. Die werde ich gleich mal sofort mitverwenden. Dann habe ich hier noch... Oh, das ist ein schönes Papier. Sehr, sehr schön. Mit so ganz tollen Sachen. Oh, das ist parfümiert. Oh, das riecht irgendwo ganz lecker. Kannst nicht definieren, aber es riecht lecker. Hm. Und hier noch mal auf ganz dicken, fetten Papier. Wunderbar. Also das hebe ich mir noch mal auf. Das finde ich sehr, sehr schön. Das legen wir raus. Das legen wir raus. Das heben wir uns noch auf. Dann nehmen wir uns... Ach, das ist genau der gleiche Stempel. Naja, zweimal können wir ihn gebrauchen. Dann gucken wir mal, was wir noch... Das finde ich auch sehr schön. Finde ich auch sehr schön. Das mit diesem... Ach, hier sind auf der Rückseite noch welche. Bicycle. Ticket. Hier das Ticket könnten wir ihn vielleicht noch gebrauchen. Habe ich das Ticket noch mal? Ach, hier habe ich das mit dem Bicycle noch mal. Dann habe ich die D-Dite und die. Die legen wir mal rein. Ich habe ja nicht so viele Taschen. Und... Entschuldigung, ich muss es umdrehen. Wir wollen das ja nicht, dass jeder alle Adresse sieht. Sorry, sorry. Das lege ich mir hier unten dazu. Guck mal da vorsichtig, nicht verflicken, wenn es geht. Bisschen eng ist es schon, aber es geht gerade noch. So, dann holen wir unser Buch wieder hervor. Und gucken mal, ob wir da so ein paar Sachen runterbringen können. Halt, halt, halt. Danke, habe ich gesagt. Okay, Tee habe ich getrunken. Trinken wir noch mal. Das stellen wir mal weg. Ich habe das wieder gefunden hier. Ich weiß gar nicht, wo ich das her habe, ehrlich gesagt. Kann man das aufmachen eigentlich? Oh ja, irgendwie kann man das drehen. Oh, das kann man aufmachen. Oh, wie toll ist das denn? Wow. Können wir das für irgendwas gebrauchen? Wo ist dieser Schmetterling geblieben? Ach, es wird zu lang, ne, das Gebammel. Das überlegen wir noch. Legen wir uns auf die Seite. Das überlegen wir uns noch. Das ist noch nicht, äh... Ach, guck mal hier. Raditz-Fummel. Das muss ich aber hier mit dazu geben. Das verliere ich jetzt. Also ich mache das von dem Happy Painting. Mache ich in eine Box. Oder habe ich alles in einer Box und will das auch möglichst so haben, dass das so bleibt. So. Ähm, bum, bum. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir hier stehen geblieben sind. Jetzt müssen wir selber mal uns so ein bisschen eingucken. Hier. Mh, 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 mh. Ja, guck mal hier. Hier könnten wir jetzt zum Beispiel... Guck mal, hier könnten wir schon eins gebrauchen. New York, New York. Ja. Fangen wir direkt an und schneiden uns das etwas aus. Ja, ich hatte ja letztes Mal einen Zettel hier liegen. Seht ihr das Wort hier oben? Das heißt ehrlich. Und das hatte ich, äh... Ich hatte über alles Mögliche gesprochen letztes Mal, aber mit der Ehrlichkeit, das habe ich nochmal außen vor gelassen, weil es hatte sich nicht so ergeben, nochmal drüber zu sprechen, aber ich habe mir gedacht, da muss ich mal drüber sprechen. Und zwar stand das Wort deswegen da auf dem Zettel schon, weil, äh, mehrere jetzt gesagt haben, wow, wow, du bist aber sehr ehrlich, eigentlich vielen Dank dafür oder erstaunlich und warum auch nicht und sowas in der Art. Auf jeden Fall wurde es nett und freundlich aufgenommen, dass man ehrlich ist mit den Menschen und, ähm, ja. Allerdings muss ich dazu sagen, ähm, ich überlege jetzt gerade, wie ich es jetzt am besten hinkriege. Finde ich klasse jetzt das hier, muss ich sagen, gefällt mir richtig gut. Ähm, habe ich vielleicht eine kleine Figur, die wir dazu setzen könnten. Das wäre natürlich genial, ne? Warte mal. Dann muss ich mal ganz kurz eben versuchen, ob ich was finden kann. Hier ist eine ganz kleine Figur. Ja, die hat einen Mantel an. Wow. Brauchen wir gar nicht lange suchen, dann müssen wir nur ausschneiden. Ja. Und ich persönlich, mhm, denke, ich bin wirklich ein ehrlicher Mensch und, ähm, ich persönlich, ich hasse, äh, Unehrlichkeit. Wirklich, es ist wirklich für mich unerträglich, damit umzugehen. Und ich sehe, ich stehe auf dem Standpunkt, das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, aber ich wiederhole mich jetzt, weil, das passt jetzt halt nochmal. Äh, äh, wir sind alle nur Menschen und, äh, warum muss jeder so eine Maske aufbauen, so, so ein Fake, äh, Dings, Bums, wisst ihr? Und möglichst niemanden in sich reinschauen lassen und in sein Leben und man ist nur für sich. Das kann jeder machen, wie er will. Natürlich. Man muss ja nicht öffentlich seine Sache machen. Natürlich nicht. Und ich bin mir bewusst, dass das nicht jedermanns Sache ist. Aber ich persönlich, ich habe keine Lust, mich zu verbiegen und, ähm, und immer wieder, das ist schön, guck mal, das gefällt mir. Wow, das ist schön. Sehr, sehr schön. Guck mal, das machen wir schon sofort. Also, liebe Ulrike, du siehst, es findet sofort hier, ähm, seine Verwendung, alles, was du mir schickst. Bin sofort bemüht, es unterzubringen, aber es passt auch gut gerade. Jetzt holen wir mal ganz kurz oben das Tempelkissen nochmal hervor. Wenn ich da ran käme, wenn ich da ran käme, ich habe alles in der Hand, nur nicht mein, sage mal, dummes Ding, will nicht. Will nicht. Und den mache ich so ein ganz klein bisschen vintage-mäßig, gell? Ja. Naja, zum Thema Ehrlichkeit, also ich persönlich sehe keinen Sinn darin, warum ich irgendwelche Fakes aufbauen soll und warum ich nicht über mein Befinden sprechen soll oder warum ich nicht über mein Leben berichten soll. Wisst ihr, wen es nicht interessiert, der muss ja gar nicht, ist ja keine Pflichtveranstaltung, ne? Es ist ja nur, so, ich mache das jetzt so. Guck mal. Wunderbar. Dann gebe ich sie dazu und ich bin mir dessen bewusst, dass ich schon sehr offen und ehrlich bin in der Öffentlichkeit und ich respektiere, wenn jemand sagt, ich möchte das auf gar keinen Fall, dass jemand von mir irgendwas erfährt. Ich möchte das nicht. Mein Leben ist top secret, bei mir darf keiner reingucken, da soll auch gar kein benommen werden. Ja, Uschi, ich weiß, irgendwann kommt wahrscheinlich doch noch eine Tasse oder irgendwas mit. Irgendwann, so Gott will. Jetzt noch nicht. Noch ärgern wir uns über diese Kleinigkeiten, lieber als über das Leben. Guck mal hier, jetzt habe ich hier so tolle Stamps, die kann ich wirklich jetzt gut verwenden. Dann nehme ich am besten, warte mal, hier sind so solche hier, die sehen ja klasse aus. Zwei oder drei, mal gucken, vielleicht so einen hellen dazu, oh ja, so einen heller vielleicht dazu. Toll gemacht, wirklich toll gemacht, kann ich gut verwenden. Das sind so Kleinigkeiten, ich habe die auch schon mal selber gemacht und das macht wirklich sehr, sehr viel Spaß und es macht viel aus, finde ich, wenn man so viele kleine Sachen noch hat. Manchmal bin ich für sowas zu faul, und manchmal habe ich Lust dran, also bei mir ist das immer so ein bisschen so eine, die hat sie so selber gemacht, die sind richtig klasse, denn ich hatte schon überlegt, ich wollte ganz gerne hier auch Stempel, gestempelte Briefmarken reinnehmen und war schon mal überlegen, von welchem Land, wo sind wir, wo laufen sie denn, so ungefähr und jetzt habe ich welche bekommen und die sind viel schöner, die nehme ich viel, viel lieber jetzt. So, die überlappe ich so ein bisschen hier, und dann habe ich hier noch eine wunderbare rot-rötliche, muss mal schauen, ob wir die ganz woanders hinkleben. Da wollen wir mal schauen, ja, machen wir so. Das machen wir so. Ähm, da ist dieser, die muss ja den Boden unter die Füße kriegen, die arme Madame hier. also mir gefällt es sehr gut. Also mir gefällt es sehr gut. Ja, dann wollte ich das ganze Thema Ehrlichkeit nochmal ansprechen, weil ich habe bemerkt, dass es einige vielleicht verwundert oder manche finden es gut, manche finden es nicht so gut. Guck mal, jetzt habe ich hier rumgebulpert, bin ich aufgepasst, ich bin doof. und jetzt habe ich nochmal einen Anlass, doch mal drüber zu sprechen, deswegen kommt das Thema, ich mache es mal sauber, kommt das Thema jetzt nochmal auf den Tisch, sage ich mal, im Gutdeutsch. Ah, ich muss mal aufpassen, die Spitze, die verbulpert mir so langsam, aber sicher. Die sind relativ teuer, diese Spitzen, wisst ihr das? Ich meine so um die 10 Euro, wo habe ich bezahlt? Ich weiß schon gar nicht mehr. Ja, das Problem ist, ich hatte da, ich habe ja schon mal gesagt, ich weiß jetzt gar nicht, die brauchen wir gleich noch. Ich weiß jetzt nicht so ganz genau, wo ich ansetzen soll mit diesem Thema. Ich ziehe mir schon mal eine Jacke aus. Jetzt könnten wir zum Beispiel, hier ist keine Struktur drauf und hier ist ein bisschen Struktur drauf. Jetzt könnten wir schauen, ob wir vielleicht noch einen anderen Tag, oder zum Beispiel das Papier könnte ich jetzt für innen verwenden, auf jeden Fall. Den haben wir gerade verwandt und dann könnte man noch sagen, okay, das sieht sehr, sehr schön aus, dann nehmen wir das noch dazu, das gefällt mir gut. Nehmen wir das noch dazu. Ja, mit diesem Thema Ehrlichkeit, also ich hatte das ja schon mal gesagt, vor einigen Zeiten, dass wir hier ganz alleine sind und das soll auch gar nicht sein, dass ich mich darüber beschwere, um Gottes Willen. Es war nur eine Feststellung, dass ich hier niemanden habe, der hilft. Das ist halt so. Es hat sich halt nicht ergeben und dann habe ich auch gesagt, Familie hat man nicht oder man hat welche, aber die sind nicht an mir interessiert. Seit vielen Jahrzehnten, war ich auch nicht. Und was mich erstaunte, mir kam dann jetzt über mehrere Umwege zu Ohren, dass die sich darüber mokieren, dass ich mich im Internet öffentlich äußere über mein Leben. Das wäre ja sowas von peinlich. Ja, liebe Leute, was soll ich euch sagen? Es geht mir relativ am allerwertesten vorbei, was diese Menschen über mich denken. Und das sage ich euch ganz offen und ehrlich. Dafür bin ich zu alt, für diese füße Matenten, die hier, da mache ich nicht mit. Und ich sehe nicht ein, dass ich jetzt hier rum, wo machen wir es hin? Vielleicht besser hier, ne? So vielleicht, so. Ein Band rein, was meint ihr? Könnte ich noch ein Band rein machen? Oder vielleicht nicht, vielleicht doch. und vielleicht ein, zwei Briefmarken noch auf diese Seite auch. Das würde sich doch jetzt ganz gut ergehen. Ja. Okay. Ja, ich will damit nur sagen, es ist immer erstaunlich, dass sich Leute erdreisten, ja, über mich zu urteilen und mich persönlich als peinlich zu empfinden. Das finde ich eigentlich schon eine ziemliche Frechheit. Zumal, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich über meine Familie überhaupt nicht spreche. Ja. Auch, ob es nicht Vorhabe zu tun. Weil es einfach ein unerquickliches Thema ist. Punkt eins. Und Punkt zwei. Tja, was soll ich sagen? Es interessiert mich nach so vielen Jahren auch nicht mehr. So sage ich jetzt einfach, wie es ist. Gut. Da habe ich das zu sagen gehabt und das habe ich jetzt gesagt. Und damit hat sich dieses Thema. In meinen Beiträgen geht es weiterhin um mein Leben und um das Leben mit meinen Tieren und mit meinem Mann, um unser Leben. Und auch da möchte ich mich verwahren, dass man behauptet, ich würde ihn verwursten, nur damit, für die Öffentlichkeit, das tue ich nicht. Mein Mann, ich mache das mal anders. Ich versuche es mal anders. Das sieht so ein bisschen spierkelig aus. Warte mal, wir versuchen es mal etwas anders. Mein Mann weiß, was ich schreibe und ich habe ihn vorher gefragt. Nicht, dass mir jetzt irgendeiner wieder vorwirft, der arme Mann, der kann sich nicht mehr wehren oder irgendwas. Das ist eine Unverschämtheit, ist das. Das ist nicht der Fall. Nur, warum soll man nicht offen leben? Warum? Wo ist das Problem? Ich sehe das nicht. Ich sehe das einfach nicht. Ich akzeptiere das, wenn jemand nichts mit mir zu tun haben will. Das habe ich einsehen müssen, dass ich Familie habe, die mit mir nichts zu tun haben möchte. Das habe ich seit vielen, vielen Jahren begriffen. Und das ist vollkommen in Ordnung. Und da habe ich auch kein Problem mit. Nur bitte möchte ich davon, dass man davon absieht, mich hier mit irgendwelchen Anwürfen oder so weiterhin zu behelligen. Da möchte ich doch ganz bitte, bitte darum bitten, dass das nicht so ist. So, das war dieses eher unerquickliche Thema. Und, ja, nun, es ist so, ich habe mit denen keinen Kontakt. Wisst ihr, die haben nie mit mir Kontakt haben wollen, diese Menschen. Und, jetzt machen wir das so. Machen wir so hier oben hin. So. Und, stelle aber fest, dass man nicht wohl ausspioniert, oder wie soll ich sagen. Und, das möchte ich dann auf diesem Wege auch beantworten. Andere Wege gibt es in dem Moment nicht mehr. Nein, also, nicht, dass einer denkt, ich bin da irgendwie verbittert oder verbittert. Nein, das ist nicht der Fall. ich mache das anders. Hier, guck mal, die ist so schön groß. Die machen wir hier oben hin. So. Vielleicht geben wir die dazu. Hier. So. Also, diese Marken finde ich sehr, sehr schön. Ganz ehrlich, die gefallen mir richtig gut. Ja. Okay. Ach, wisst ihr, ich mache da noch eine, na eben, eine. Eine. Ein bisschen weniger ist auch mehr. Ihr wisst doch, wie ich meine, gell? So. Wir suchen jetzt hier noch eine kleine Madame, eine kleine Figur. Und. Ja, es ist halt so, jeder Mensch ist so, wie er ist, gell? Das ist schön. Sie gefällt mir. Wie gefällt euch die? Oder hier unten hin? Könnte man überlegen, gell? Jeder ist, wie er ist und jeder soll auch bleiben, wie er ist. Das, äh, kein Mensch will da irgendwas dran ändern. Guck mal, hier haben wir so doppelte. Hier wäre das mal vielleicht in irgendeiner Form. Ja, man muss also viel Zeit zu gelb, ne? Ist ein bisschen zu viel gelb. In dem Fall, ich liebe es ja, aber es ist zu viel gelb. Das finde ich ganz toll, aber das kriege ich da nicht hin. Mhm. Okay. Dann haben wir noch sie, die käme noch in Frage. Ich gehe mal etwas mittelgrößere raus. Mal gucken, wie wir von den Farben, die hier hinkommen. Ich kann natürlich, hier haben wir noch zwei. Das sind, glaube ich, ganz große. Wir wollen mal schauen. Ich kann natürlich, ich habe so viele Kataloge. Die Alexa hat mir ja mal welche geschickt und das ist noch alles da, aber ich muss es wirklich alles mal sichten und verarbeiten auf irgendeine Art. und wisst ihr, ich habe es ja auch, mein Bastelkanal heißt ja jetzt auch, wie ihr hier sehen könnt, Basteln für die Seele. Jeder weiß um das Schicksal meines Mannes, jeder weiß, wie schlimm es steht und für mich ist das Basteln ein Ausgleich und meine einzige Freude, die ich habe, denn alles andere, ja, uns ist nicht viel geblieben von unserem Leben, will ich mal so sagen. Ein Mensch, der so krank ist wie mein Mann, da ist, da ist, man, ja, das geht, geht so ans tägliche Leben, das geht so in das Leben rein, dieser Einschnitt ist so, ist so gravierend und um nicht ganz zu verzweifeln, bin ich, oh, das lasse ich so, bin ich heilfroh, dass ich basteln kann und diesen, wie sage ich mal, Ausgleich, ups, habe ich es wieder geschafft, wo habe ich sie hingeschmissen, ist runtergeweht, oh mein Gott, wo ist sie, Madame, Madame, wo sind sie, mach mir mal stopp, ich suche, sie ist vom Tisch geflogen, es geht ja ums Fliegen, Madame übt schon Fliegen hier, Madame, nicht so schnell, ich wollte sie noch einkleben, ja, also ich denke, jeder muss sehen, wie er mit seinem Leben zurechtkommt, und ich wünsche keinem was Schlechtes, aber bitte, man sollte mich bitte auch nicht mit schlechten Sachen behelligen, das kann ich nicht gebrauchen, möchte ich nicht in meinem Leben mehr haben, ich habe zu viele Sachen erlebt in meinem Leben, das ist jetzt nicht mehr angesagt, und jeder andere kann machen, was er will mit seinem Leben, aber bitte, ich möchte da nicht behelligt werden mehr, möchte einfach die letzte Zeit, die ich mit meinem Mann habe, in Ruhe und Frieden leben, und ob es irgendwelchen Leuten gefällt, was ich hier mache, oder ob es nicht gefällt, was ich hier mache, ganz ehrlich, liebe Leute, das ist mir ganz egal, und denen, denen es gefällt, und die mich besuchen kommen, und die netterweise bei mir sind, und freundlicherweise Kommentare auch schreiben, und es haben sich einige wirklich sehr nette Kontakte mittlerweile ergeben, und das freut mich, und da bin ich sehr, sehr froh drüber, und es ist wirklich schön, oh, das sieht sehr gut aus, aber es ist zu groß, habe ich denn vielleicht einen eigenen Flügelpaar, oh ja, das ginge auch, bräuchte ich eigentlich nur einen einzelnen, hier habe ich zwei einzelne, ja, es ginge, es ginge, oder? Ich glaube, ich muss noch ein paar machen, ich habe keine Folie mehr, Mensch, verdammt, sonst schmeißt man immer alles weg, und, jetzt hätte ich es doch mal aufheben sollen, dann denke ich mir, ach nee, du kannst doch nicht alles aufheben, gerade so Verpackungszeug, und jetzt steht man da und sagt, oh, hätte ich es mal aufgehoben, ne, hätte ich es mal, hätte ich es mal, ja, warte mal, die richtige Seite, wollen wir das so rum oder so rum machen, gucken wir gleich nochmal, aber ich kann schon mal einschmirakeln, den auch, das ist falsch herum, einen Moment, so rum, ja, ich weiß nicht, warum die Leute nicht ehrlich sind, und nicht sagen dies, und nicht sagen das, und das darf der nicht wissen, und das darf die nicht wissen, und so, und so, und so, ja, bitte, macht, wie ihr wollt, aber ich sehe das anders, ich sehe das komplett anders, ich sehe das komplett anders, bei mir kann fast eigentlich alle, alle Menschen können fast eigentlich alles von mir wissen, das ist gar kein Staatsgeheimnis damit verbunden, natürlich gibt es Sachen, die möchte man vielleicht gerne ein bisschen privat lassen, und das ist auch der Fall, das mache ich ja auch, das ist ja auch so, der Mensch möchte nicht alles öffentlich haben, aber das ist doch in Ordnung, so what, vielleicht könnte ich, vielleicht könnte ich diese Gruppe machen, die wollte ich schon die ganze Zeit so gerne reinbringen, aber da habe ich Probleme mit den Flügeln, wisst ihr das, drei Leute mit Flügeln zu versehen, ist ein bisschen schwierig, ich könnte höchstens sagen, okay, die beiden äußeren bekommen vielleicht Flügel, was sagt ihr, das müsste doch reichen, und von der, in der Mitte, säen wir die ja sowieso nicht in dem Moment, wir versuchen das mal, ja, seht ihr, so kann der Frömmste nicht im Frieden leben, wenn es der lieben Sippe nicht gefällt, das kennt ihr doch den Spruch, oder wie war das, naja, wir wollen uns da jetzt nicht weiter mit aufhalten, der Schnee schmilzt fast weg, man kann zugucken, aber diese Eiskante ist immer noch vorne, aber ich denke, das ist morgen auch erledigt, es regnet schon wieder hier bei uns, jetzt wird es wieder nass und matschig, das ist auch nicht schön, im Gegenteil, wir versinken schon wieder im Matsch, ach, und dann muss ich euch erzählen, wegen von dem ganzen hin und her, bin ich da ein bisschen gerade von abgekommen, das wollte ich euch erzählen, deswegen, gestern war hier noch richtig Alarm, war Aufregung, eine richtige Aufregung hatten wir hier, oder ich gebe sie hier hin, dann hätte ich noch, oh ja, farblich muss es auch so ein bisschen passen, denke ich mal, dann hätte ich noch sie hier, das sieht sehr schön aus, und ich könnte sie aber auch reinmachen, als kleinen Puffer in der Mitte, okay, farblich geht das noch, rot, 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 ja, es geht, es geht, man muss nur wollen, es geht, ja, ich gehe gestern Mittag, so nach dem Mittag, will ich in die Kohlenecke, die ist ja bei uns an der Tenne, also ein Stück der Tenne ist dann so ein Gang, und da ist dann die Kohlenecke, ich denke, dass die früher mal da Schweine drin hatten, wir sitzen ja im ehemaligen Kuhstall hier in der Küche, das ist halt so ein altes Kotter, so ein alter Kotten hier, naja, ich gehe also in, will meine Kohle holen, und Reketts, und will auch gleichzeitig zum Müll, und dies und dies, will einiges erledigen da in der Gelte, und da denke ich, mich haut es vom Hocker, da ist ja ganz alles nass, klatsche, klatsche nass, und es tropft aus den Decken raus, also furchtbar, ganz, ganz furchtbar, ich, ich habe gedacht, mich haut es wirklich um, es kann doch nicht sein, jetzt schon wieder irgendwelchen Drabbel, ja, Tatsache ist, alles ist klatschnass, das halbe Haus steht unter Wasser, ja, ist tatsächlich so, dann bin ich oben auf dem Dachboden, weil ich habe gedacht, um Gottes Willen, da ist das Dach kaputt, da ist irgendeine Undichtigkeit, vielleicht ist was vom Sturm abgedeckt, und ich habe es unter dem Schnee vielleicht nicht gesehen, sowas denkt man ja dann, also mühselig auf dem Boden hochgekrabbelt, und dann stelle ich fest, sofort auf den ersten Blick, das kann nicht wahr sein, das sind Schneeverwehungen, also eine Riesenfläche, also bestimmt, der Dachboden ist ziemlich groß hier bei uns, also bestimmt, gut so 20 Quadratmeter, alles aufgewehter Schnee, richtig hoch, der jetzt am Tauen war, wie irre, alles ein Papp, 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 nass, wir wohnten jetzt 23 Jahre im Haus, wir haben noch niemals Schnee auf dem Dachboden gehabt, wir hatten aber auch noch niemals Schnee in der Tenne selber, das hatten wir ja auch, habe ich ja erzählt, das ist durch die Ritzen von dem Scheunentor reingeweht worden, weil wir tagelang diesen blödsinnigen, was war das, Ost-Nord-Ost-Wind hatten, der immer dieses feine Gestrubbe da reinwehte und da konnte ich gar nichts gegen machen, das war furchtbar, naja, das wusste ich jetzt, das hatte ich, aber ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, dass das auf dem Dachboden noch viel, viel schlimmer ist, da bin ich überhaupt nicht auf den Gedanken gekommen, weil wir das noch nie hatten, naja, dann habe ich da gestern gestanden, wir haben da auch ein Fenster in dem Giebel, Fenster aufgerissen und habe wirklich lange Zeit diesen nassen, schweren Schnee mit so einer breiten, Schaufel, die zufällig da oben lag, ohne Stiel, ein ganz schweres, großes Teil, aber dafür dann geeignet, weil man dann den Schnee so draufpacken konnte, habe ich den Schnee aus dem Fenster oben rausgeschippt, also das kann sich keiner vorstellen, also es ist eine Katastrophe gewesen, die ganzen Balken, die Decken, die Böden, Deckenböden natürlich in eins, die ist alles durchgeweicht, alles durchgeweicht und es tropft immer noch, ist klar, es tropft immer noch, ich habe gar nicht alles sofort rausbekommen, ich habe so gut ich es konnte, ich war danach fix und fertig, vor allem auch mein Knie, immer wieder bücken, immer wieder so eine Stufe, da sind so große Stufen drin im Dach, ich weiß, im Boden, ich weiß noch nicht warum, immer wieder rauf, um den Schnee von hinten zu holen und dann so rumgekrabbelt, was ich ja gar nicht, gar nicht, gar nicht, aber es ging ja nicht, der hätte ja kein Mensch sonst machen können, also habe ich es dann natürlich gemacht, ist klar, logisch, Schmeiß doch bitte sofort und einmal alles weg, dann ist doch Ruhe, brauchst doch nicht alles einzeln wegwerfen, so, ich schneide den Stuhl noch ein bisschen aus, ich gucke gerade mal, ja, das ist richtig, so ungefähr und, ja, jetzt stehe ich hier, das Haus ist klatschenass, die Tenne ist klatschenass, auch in der Tenne selber, lief das Wasser auch durch die Decke, ist ja, ist ja das gleiche, ne, ja, da haben wir zum Beispiel so einen alten Küchenschrank stehen, wo alles mögliche an Schrauben und Geräten und Zeug, durchgeweicht, absolut durchgeweicht, ne, nichts, also, ich kann da auch jetzt aktuell nichts dran machen, ich warte wirklich auf besseres Wetter, dringend, dringend, dringend und hoffe, und hoffe, 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 dass ich das Ganze irgendwie wieder trocken kriege, wir müssen dann halt das Haus auf Durchzug stellen, da muss man natürlich beibleiben, sonst könnte ja jeder reinrennen, das geht ja auch nicht, da muss das tagelang, muss das dann auf Durchzug stehen, alles was geht, wenn es warm wird, ne, wenn es trocken wird wieder, aber da befürchte ich, das wird noch eine Weile dauern, denn jetzt wird es erstmal alles wieder regnerisch werden und nass und bababab und bababab, ne, so, bei der kleinen Madame muss ich mal ganz kurz hier eben was drunter lassen, dass mir das ja nicht anklebt, das kleine Fraulein, tu irgendwas drunter, tu was drunter, du willst doch irgendwas finden, Frau, stell dich das nicht so dämig an, darf es doch nicht wahr sein, hätte mal erst die Flügel holen sollen, ne, das wäre besser gewesen, da hat er schon wieder, der Bullpad, weil ich nicht zugemacht habe, ich gucke mal gerade ganz schnell, ob ich hier so einen kleinen Flügel nehmen könnte, hier so einen kleinen, habe ich noch einen kleinen, oh ja, ich habe zwei kleine, dann nehmen wir die direkt, die Flügel gehen mir aus, mir gehen die Flügel aus, ja, okay, einmal, und, zweimal, ja, schmeiß es doch, schmeiß es doch gleich auf die, die kann Mensch schon blöd sein, oder, sag mal selber, ja, ach, das muss ich wirklich sauber machen, jetzt muss man gucken, dass er nicht an der Briefmarke festgelegt hat, das Oesken hier, ich glaube, ich mache es so, und, ich glaube, ich mache es so, oh ja, oh ja, oh ja, das gefällt mir gut, oder, was sagt ihr, hm, hübsch, das ist nur Papier, ja, hier müssen wir mal schauen, ob wir da vielleicht, auch, ähm, verschiedene Flügel auch vielleicht, verwenden können, das müsste man mal gucken, ob wir da eine Möglichkeit haben, oder, hier würde zum Beispiel, dieser gut passen, ne, den könnte ich mal durchschneiden, den könnte ich zum Beispiel hier so, und, dadurch, dass die Farbe ja eine ganz andere ist, könnten wir sie hier so machen, sollen wir das so tun, ach ja, das machen wir einfach, das machen wir einfach so, wunderbar, jetzt habe ich da natürlich rumgefärbt, also, ich muss jetzt mal eben kurz den Lappen nehmen, und ziehen wir das alles fest, ja, wie gesagt, Thema Ehrlichkeit, witzig, dass ich das Thema schon Tage vorher auf dem Zettel hatte, weil ich ein paar Mal so Kommentare in der Richtung hatte, und wollte gern drauf eingehen, und, habe auch, glaube ich, bei jemandem geschrieben, ähm, oder geantwortet, mir ist das zu anstrengend, auch, ich weiß nicht, ob ich es geschrieben habe, ich wollte es schreiben, mir ist es zu anstrengend, nicht die Wahrheit zu sagen, versteht ihr, und es ist für mich Zeitverschwendung, warum, sollte ich irgendwelche Fake-Geschichten aufbauen, warum, in Gottes Namen, warum, was habe ich davon, das ist für mich Zeitverschwendung, sowas, ne, naja, aber, guck mal, es ist wie es ist, wie es bescheuert, jeder macht wer will, nur, ich sehe keinen Sinn darin, wenn man alles im Geheimen, und, ich für mich sehe keinen Sinn darin, ähm, ich müsste mich zu sehr verbiegen, ich bin, bin wirklich, ich bemühe mich ehrlich zu sein, und, ähm, ich möchte nicht, äh, dieses Schnörkel, und dieses, dieses Heckmeck immer haben, und ich will das einfach nicht, mir ist das zu anstrengend, ich möchte einfach nur schier und einfach so, wie es ist, bin einfach ein Mensch und fertig aus, ne, so ist es halt, und dann hat sich das, ne, mehr ist dazu nicht zu sagen, ne, und wenn mein Leben, das ist ja wahrhaftig nicht irgendwie aufregend, oder besonders, oder sowas, ähm, und, habe ich auch nie behauptet, natürlich nicht, das ist ein eher langweiliges Leben, ich lebe so still vor mich hin, jetzt natürlich durch die Krankheit, ein bisschen, wirklich, ach, mit Leidenschaft gezogen, aber das, ist halt jetzt so, ne, aber, wir sind zufrieden, wisst ihr, das ist das, das ist das, das ist der Punkt, wir sind zufrieden, ne, das ist vielleicht mehr, als manchen anderer von sich behaupten kann, dass er zufrieden wäre, denn, wie anders kann man sich erklären, dass man so böse ist dann, und so negativ ist, hier möchte ich auch gerne noch, ob wir noch meine eigenen Flügel nehmen, oder ob wir jetzt mal wieder welche von dem Holz nehmen, ich habe neue bestellt von dem Holz, also, ich könnte ruhig sie benutzen, ein bisschen klein, ja, ein bisschen klein, guck mal hier, diese gelben habe ich noch, halbe, gelbte habe ich noch einen halben, aber die sind natürlich sehr passend farblich nicht, nein, sehe ich einen, habe ich, habe ich eingesehen, Insektenflügel wären auch gut, aber die sind riesig, die Farbe, vielleicht diese hier, ja, nehmen wir die, nehmen wir die, ich schneide sie durch, wir könnten natürlich auch hergehen, und sie in blau nehmen, das geht auch, ne, dann ist es halt, sieht das schwarze besser aus, oder das blaue, das blaue würde mir in diesem Fall auch gefallen, euch nicht auch, ja, gut, das ist zwar die Rückseite, aber warum nicht, man kann das auch so machen, auf jeden Fall, so, 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 also, ich für mich persönlich habe festgestellt, wenn man mit den Menschen offen und ehrlich umgeht, dann kommen die in der Regel, nicht alle, aber dann kommen die Leute auch offen und ehrlich auf mich zu, ne, das habe ich immer wieder festgestellt, also, äh, es ist meine Erfahrung in dieser Sache, das kann ich vielleicht auch nicht für jeden stimmen, also, für mich passt es wirklich, wenn ich offen und ehrlich mit den Menschen umgehe, dann sind die auch offen und ehrlich zu mir, und das ist das eigentlich, was ich machen und haben möchte, denn alles andere ist Zeitverschwendung, und, äh, ich sehe keinen Sinn darin, ne, das muss ich sagen, sehe keinen Sinn darin, halt, bisschen festhalten, okay, jetzt haben wir hier so ein bisschen, äh, gestempeltes Papier, ähm, ich reiße das jetzt nochmal etwas, etwas kleiner und werde damit so gewisse, kleine Lücken so, so ein bisschen aus, ausflicken, so kann man wirklich, äh, jeden kleinen Strippel hinterher verwerten und verwenden, andere Seite wäre auch gut gewesen, aber jetzt haben wir diese Seite, ist auch okay, und, also, ich mache das gerne auf diese Art, einfach so ein Strippelstreifen da rein, jetzt haben wir hier zum Beispiel noch so einen schönen Schriftzug, den könnten wir da oben verwenden noch, den mache ich allerdings gleich erst ein bisschen braun, so, wollen wir mal schauen, da haben wir noch so einen schönen Streifen, so, den nehmen wir auch noch rein, den nehmen wir hier unten an die Seite, das ist dann etwas anders als geplant, aber es ist vollkommen okay, finde ich, dass man das jetzt so gemacht hat, ne, finde ich sehr, sehr schön. Ich glaube, das ist die beste Seite, dann reiße ich hier mal entlang und schaue mal, wie weit wir damit kommen, hier muss ich auch etwas abreißen, hier können wir nochmal so machen, das Thema Ehrlichkeit, die Menschen, jeder baut so seine kleine Fassade auf, die er dann mit aller Kraft versucht, aufrecht zu erhalten, das stelle ich immer wieder fest, ich sehe keinen Sinn darin, also ich persönlich weiß nicht, was der Sinn ist, wenn ich nicht ehrlich sein kann, dann warum soll ich unehrlich sein, verstehe ich es nicht, verstehe ich es einfach nicht, er schließt sich mir nicht. Ich muss sagen, ich bin das auch von Hause aus nicht so gewöhnt, dass man so offen auf die Leute zugeht, die sind alle so ein bisschen eigenartig und da ist man ja erst mal geprägt, es dauert eine Weile, bis man dann seinen Weg findet, aber ich habe irgendwann für mich entschieden, das ist für mich der richtige Weg, wenn ich ganz offen und ehrlich bin und ich gehe auf jeden Zug, ich habe gar keine Probleme, trotzdem ich sehr für mich lebe und sehr zurückgezogen lebe, aber so an sich kann ich auf jeden Zug gehen, ich unterhalte mich mit den Menschen, ich grüße sie und dann, falls man jemanden trifft, dann spricht man ein paar Wörter und wenn es sich ergibt, also ich bin, mache ich ganz bewusst schon lange Zeit, absichtlich extra kann man sagen, weil ich das einfach, ja, ich finde das einfach schön, wenn man eben nicht sich so dämlich anstellt und so überheblich daher taumelt und das darf der nicht wissen und das dürfen die nicht von mir wissen und ich weiß es nicht mehr, was soll das, für mich kann jeder alles wissen, da habe ich kein Thema mit, ja, es gibt Sachen, die habe ich nicht öffentlich, das könnt ihr euch denken, das könnt ihr euch auch denken, aber prinzipiell, es ist wie, wenn du den Leuten freundlich gegenüber trittst, in der Regel sind sie dann auch nett, ich stelle es immer wieder fest, wenn du natürlich maulig und überheblich daher kommst und Gott weiß was meinst, wer du bist, ja, dann haben die wenigsten da den Plan damit und sind dann, hier fehlt noch was, hier fehlt noch was, wir könnten auf jeden Fall, vielleicht sogar noch in dieser Seite noch so ein paar von diesen tollen Märchen verwenden, ich habe ja wirklich, wirklich, wirklich viele, ich hätte hier so gern noch so ein, oh, die ist wunderschön, die mit diesem Rot, die nehme ich hier, ja, was soll ich sagen, jeder muss das selber wissen, aber, das ist zu groß, zu groß, zu groß, oh mein Gott, da habe ich nicht richtig überlöscht, kriege ich es hier hin, nee, das sieht doof aus, wisst du was, ich mache es so, ich mache es so, das sieht gut aus, da muss ich mir hier ein schmales aussuchen, so ein schmaleres, hat doch so viel, oh ja, hier den blauen, den nehmen wir, den blauen, der ist schön, das ist sehr schön, das nehmen wir so, hier ist jetzt eine drauf, hier ist wenig Platz, hier haben wir eine drauf, hier sind zwei drauf, und hier ist ja auch was drauf, so, wir brauchen jetzt hier noch eine kleine Figur, dann hätten wir das ziemlich fertig, warte mal, einen Moment, tja, wisst ihr, es ist ja so, wenn man mit den Leuten ehrlich umgeht, das ist meine Erfahrung, dann haben die auch gar keinen Grund, irgendwie, wenn man gleich sagt, so und so ist das, dann nimmt man den den Wind aus dem Segel, normalerweise, ne, und dann ist die Sache erledigt, oh der ist zu groß, passt von der Farbe nicht, oder ich nehme sie, sie gefällt mir sehr gut hier, sie gefällt mir sehr gut, die nehme ich, so, weißt du, wenn ich jetzt sage, ich bin ein dummes Arschloch, ja, dann braucht das ja kein anderer mehr sagen, ich sage nur so als Beispiel, ne, muss man nicht sagen, kann man aber, und dann brauche ich mir keine Gedanken machen, dass das irgendjemand über mich verbreitet, dass die Frau ist aber ein dummes Arschloch, nein, und wo ist das Problem, ich sage es von mir selber womöglich, und dann ist der Wind aus den Segeln, ja, also, kann dazu sagen, dass ich dadurch, dass ich mich öffentlich gemacht habe, und das habe ich am Anfang überhaupt nicht, ich habe es auch schon mal erzählt, da habe ich extra einen anderen Namen, da habe Folly Girl, um Gottes Willen, und dann habe ich mal den Vornamen, wie kannst du deinen Vornamen denn in dem Internet, geht doch gar nicht, vorsichtig, vorsichtig, was der Teufel, was alles passiert, also ich bin jetzt so viele Jahre blogge ich öffentlich unter meinem Namen, so viele Jahre zeige ich Fotos von mir und meinem Mann, und ich muss mir überlegen, was ich hier mit den Flüssen mache, hm, Schwierig, Schwierig, ich habe jetzt keinen richtigen Flügel, nix ist passiert, liebe Leute, kein nix ist passiert, nein, im Gegenteil, ich habe, viele Leute beschweren sich, sie bekommen irgendwelche komischen Sachen, und sie bekommen dies, und sie bekommen das, und da ist dies, und da ist jenes, ich weiß nicht, woran es liegt, ich bekomme es nicht, überhaupt nicht, so, mehr kann ich da nicht sagen dazu, aber so ist es halt, ganz, ganz selten, dass ich irgendwelche komischen Anträge bekomme, oder Mails, oder irgendwas, ganz, 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 ganz selten, ich brauche noch einen Flügel, Ja, und andere werden teilweise, wie man mir sagte, überschwemmt damit, ist der gleich groß, nee, der ist klein, oh je, habe ich denn noch so einen, oh, jetzt habe ich nicht geguckt, ob ich noch so einen habe, das ist doof, das ist doof, hier habe ich noch einen Flügel, und einer ist schon wieder weggeflogen, hier ist zu klein, kriege ich nicht raus, ist er das? Ja, das ist er, nehmen wir den, nehmen wir den, nehmen wir den, ist jetzt falsch herum, aber ist auch egal, ist der, man kann es ja noch so rumhauen, das ist ja jetzt nicht, ist ja nicht nötig, und was ist mit diesem Flügel, schnell mal festdrücken, da war ein bisschen viel Kleber drunter geraten, ja, ja, ich weiß schon, okay, ich bin jetzt gerade erschrocken, ganz ehrlich, ich dachte schon, ich habe irgendwas wieder, Gott weiß wie, so, das machen wir jetzt mal einmal richtig sauber, das läuft gerade so ein bisschen auf dem Ruder raus, kann ich nicht gut leiden, muss ich zugeben, möchte ich nicht, ich möchte das bitte ordentlich haben, so, da ist er schon wieder am rumwulpern, stellen wir ihn hin, ja, das war das, ja gut, ich sage ja, jeder muss das wissen, selber wissen, wie er es macht, und das tut er nicht, das ist jetzt zu klein, das Stückchen, ich habe jetzt hier noch eine Briefmarke gesehen, gerade, guck mal hier, so ein Bläumchen, habe ich hier noch, ein so ein einzelnes Bläumchen, können wir das noch irgendwo mit hin, hin bläumschern, auch das lassen wir, oder, was habe ich denn jetzt hier eigentlich noch, ach Gott, ja, warte mal, hier war so ein, vielleicht können wir das noch irgendwo verwenden, die Tickets noch aufkleben, warte mal, warte mal, das tun wir noch, ich habe hier noch so ein paar Tickets, die könnte ich doch wirklich nochmal eben verarbeiten, dann sind sie auch weg, da könnte ich aber hier diesen Klebestift nehmen, ach, der weiße Rand ist hier ein bisschen auch groß, den könnte ich etwas abschneiden, ja, das muss jeder selber wissen, ob er, ob er ehrlich ist, ob er was von sich preisgibt, oder nicht, aber ich sehe keinen Nachteil da drin, ich persönlich, ich sehe keinen Nachteil da drin, das war jetzt nur die Idee, weil das hier auf dem Tisch rumzwitscherte, und dann habe ich das auch mal weg, oh, da ist ein Haar, so ein Haar von der Wolle, so ein Eilash-Haar, naja, also eins, wenn ich eins hasse, das sind dann so Bösheitigkeiten, wisst ihr, so Gehässigkeiten, sowas, das hasse ich wirklich, also, so, abgrundtiebe Schlechtigkeiten, also da bin ich ganz offen und ehrlich, da bin ich ganz schnell richtig nöckelig, ich weiß nicht wohin, ich mache es hier, fertig, so, das Ganze wird jetzt noch kurz eingefärbt, ein kleines bisschen zumindest, habe ich hier auch was drauf, ja, hier, ich würde sagen, dass mir diese Seite ganz gut gefällt, ich denke mal, sie ist so gut wie fertig, ne, wüsste ich jetzt nicht im Moment, ach, den muss ich noch ablösen, wüsste ich jetzt gar nicht im Moment, was ich noch machen soll, wir haben hier noch eins von diesen, und das gebe ich jetzt mal kurz zurück in den Inschlag, damit ich weiß, von wem es ist, wir haben wirklich schon einiges verwenden können, vielen Dank dafür, ist ganz schön geworden, finde ich, und, das soll es für heute gewesen sein, muss wohl langsam wieder an den Herd, ne, ihr wisst ja, mittags, der Mann muss was für mögliches zu essen bekommen, ach so, da hatten wir noch zwei Damen, eine fliegt schon wieder, die können alle fliegen, habt ihr das gemerkt, die fliegen alle, ähm, ja, ihr könnt mir gerne eure Meinung sagen, das ist jedem freigestellt, und ich bin, natürlich, jeder muss das selber wissen, ob er offen ist, ob er ehrlich ist, also Ehrlichkeit setze ich eigentlich grundsätzlich voraus, offen ist eine andere Sache, ob man wirklich so offen umgehen muss mit allem, das muss man jeder, das muss jeder selber für sich entscheiden, da kann keiner was zu sagen, aber, ähm, man sollte die Leute einfach, guck mal, hier habe ich noch welche, vielleicht könnte ich, oh, da habe ich noch welche, vielleicht könnte ich da noch ein paar, ein paar Flügel raus machen, zwei, welche nicht, zwei habe ich noch, nicht gerade sehr viel, ne, mal schauen, ob wir da noch was von haben, so, jetzt kann ich den Lärz, das hätte ich wegtun, das haben wir alles besprochen, ja, so ist das jetzt, so ist der Stand der Dinge, ich lege das mal dazu, die Karte, das hebe ich mal auf, das möchte ich gerne aufheben, und die schöne Eule, die lasse ich mal hier, weiß ich noch nicht, wo wir die jetzt mal unterbringen, machen wir mal eben den Tisch ein bisschen sauber, fürs nächste Mal, Papierkopf ist auch schon wieder mal voll, haben wir auch schon wieder voll, geht's gerade alles, müssen wir auch mal wieder leer machen, ja, ich habe die Erfahrung gemacht, je mehr und je offener man ist, je besser kommen die Leute auf einen zurück, ist, ist nur meine Erfahrung, ich wünsche euch alles Gute, alles Liebe, lasst euch nicht von irgendwelchen Querelen runterziehen, freut euch des Lebens, bleibt gesund und munter, ich bin ganz staubig, ja, wir sehen uns das nächste Mal, bis bald, Tschüss!